Hallihallo! In dem heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie man Brüche miteinander vergleichen kann. Wir sollen also jetzt herausfinden, ob ein Drittel größer als 5 Elftel ist, ob es kleiner oder ob die beiden Brüche vielleicht sogar gleich sind. Man kann mit folgendem Plan vorgehen. Wenn man Brüche vergleichen will, ist der erste Schritt, den Hauptnenner zu bestimmen. Der zweite Schritt, die Brüche dann dementsprechend zu erweitern. Und der dritte ist dann das Vergleichen der Zähler. Starten wir mit dem ersten Schritt, Hauptnenner bestimmen. Bedeutet, wir schauen uns unsere Brüche an, ob die schon denselben Nenner haben. Hier unten ist es eine 3, hier ist es eine 11. Wir suchen also jetzt einen Hauptnenner von den beiden. Und wenn das so kleine Zahlen sind, so unter 10, 11 ist auch noch okay, dann kann man diese beiden Zahlen einfach miteinander multiplizieren, um den Hauptnenner zu finden. Also 3 mal 11 können wir rechnen. Das wäre 33. Und wir haben unseren Hauptnenner gefunden. Die 33 merken wir uns also. Der erste Schritt ist damit erledigt. Zweiter Schritt, Brüche erweitern. Bedeutet, wir haben jetzt 33 als Hauptnenner. Und auf diesen Nenner erweitern wir jetzt unsere beiden Brüche. Dass da nicht mehr ein Drittel steht, sondern 33. Beim Erweitern müssen wir immer überprüfen, was habe ich mit dem Nenner gemacht. Um von 3 auf 33 zu kommen, habe ich mal 11 gerechnet. Und dasselbe muss ich dann auch mit dem Zähler machen. Also 1 mal 11 rechnen. Das wäre 11. Das ist mein neuer Zähler. Dasselbe auf der anderen Seite mit dem anderen Bruch. Von der 11 zur 33 habe ich mal 3 gerechnet. Dasselbe muss ich oben machen. Also 5 mal 3 rechnen. Und es wäre 15. Das ist mein neuer Zähler. Also habe ich jetzt die Brüche erweitert auf diesen Hauptnenner, den wir im ersten Schritt bestimmt haben. Was ist jetzt der dritte Schritt? Brüche erweitern haben wir also erledigt. Dritter Schritt, Zähler vergleichen, bedeutet jetzt also, ich habe jetzt neue Brüche, bei denen der Nenner gleich ist. Jetzt muss ich nur noch die Zähler vergleichen. 11 ist kleiner als 15 und damit ist dann auch immer automatisch der ganze Bruch kleiner. Also 11 33 ist kleiner als 15 33, weil die 11 halt eben kleiner ist als die 15. Und damit übernehme ich das Zeichen einfach zu meinen ursprünglichen Brüchen, die ich eigentlich vergleichen wollte. Damit weiß ich dann auch, dass ein Drittel kleiner ist als 5 Elftel. Also mit diesen Schritten kann man immer vorgehen. Hauptnenner zuerst bestimmen, dann die Brüche erweitern, dann die Zähler vergleichen. Und das werden wir jetzt noch an ein paar anderen Beispielen machen. Zum Beispiel hier. Erster Schritt, Hauptnenner. 15 und 25. Die Zahlen sind jetzt sehr groß. Das ist natürlich unpraktisch, einen Hauptnenner zu finden. Da kann man zum Beispiel die 15er Reihe und die 25er Reihe mal durchgehen. Also die 15er Reihe wäre 15, 30, 45. Ruhig mal ein paar machen. Das nächste wäre 60, 75. Dann kann man mal aufhören und gucken, ob vielleicht die 25er Reihe uns jetzt schon was gibt. 25er Reihe wäre nämlich 25, 50, 75. Aha. Die 75 taucht in der 25er Reihe auf und auch in der 15er Reihe. Und damit ist es unser Hauptnenner. Und wir werden jetzt im zweiten Schritt, wie eben auch, diese Brüche auf diesen neuen Hauptnenner erweitern. Wie machen wir das? 15 mal, was haben wir gerechnet? 1, 2, 3, 4, 5. 15 mal 5 ergibt 75. Und 25 mal 1, 2, 3 ergibt 75. Also erweitern wir. 15 mal 5 haben wir hier gerechnet. Also müssen wir auch 14 mal 5 rechnen. 14 mal 5 wäre, muss man dann irgendwie gucken, wie man das am schnellsten rechnet. Vielleicht 5 mal 10 zuerst sind 50. Und hinzu kommen 5 mal 4 wären 20. Also insgesamt 70. Und hier hatte ich mal 3 gerechnet. Also muss ich die 22 auch mal 3 rechnen. Wären dann 66. Okay, das war der zweite Schritt. Und den dritten Schritt haben wir im Kopf. Zähler vergleichen. Die 70 ist größer als die 66. Und damit sind auch die ursprünglichen Brüche. Und dementsprechend ist der da größer als der da. Okay, was kann noch passieren? Ja, wir haben natürlich nicht immer Brüche da stehen, sondern es soll auch mal mit einer ganzen Zahl verglichen werden. 6 ist es größer, kleiner oder gleich 29 Fünftel. Und da gibt es jetzt zwei Varianten, die ihr gehen könnt. Nummer 1. Wir teilen oder schreiben die 6 als Bruch. 6 Ganze kann man ja zu 6 Einteln schreiben. Das kann man ja in den Bruch umwandeln. Und damit haben wir jetzt wieder zwei Brüche, die wir vergleichen können, so wie wir sie eben auch verglichen haben. Wir finden den Hauptnenner. Der ist jetzt hier Gott sei Dank sehr einfach. Da können wir einfach die 5 nehmen, weil durch 1 ist ja alles teilbar. Also 29 Fünftel. Und auf Fünftel müssen wir den hier dann erweitern. 1 mal 5 sind 5, also auch 6 mal 5 wären dann 30. Brüche einfach erweitern. Jetzt, letzter Schritt, Zähler vergleichen. Die 30 ist größer als die 29 und damit war das da oben auch größer. Das ist also eine Variante, wie ihr mit ganzen Zahlen vergleichen könnt, indem ihr die zu 6 Einteln schreibt. Das ist aber nicht die einzige Variante, die ihr wählen könnt. Es gibt nämlich auch noch Folgendes. Selbstbeispiel, ihr könnt diesen Bruch hier einfach in die Gemische-Schreibweise bringen und schauen, wie viele Ganze sind das denn? Weil das hier sind ja 6 Ganze. Und wenn das hier jetzt nur 4 Ganze und ein bisschen sind, dann ist das ja auf jeden Fall kleiner als 6 Ganze. Also die 6 lassen wir und nur die 29 Fünftel schreiben wir in die Gemische-Schreibweise um. Wie oft passt die 5 in die 29? In die 29 passt sie nicht, aber in die 25 passt die 5 ja 5 mal, also 5 Ganze. Und dann bleiben von den Fünftellen wie viel übrig? Von den 25 bis zur 29 sind es dann 4. Also die 5 passt 5 mal in die 29 mit Rest 4. Und jetzt kann man vergleichen. Das sind 6 Ganze. Hier sind es nur 5 Ganze und noch ein bisschen. Dann sind die 6 Ganzen natürlich mehr als nur die 5 Ganzen, wo noch ein bisschen was dazu kommt. Und das ist auch eine Variante. Schreibt mir gerne mal, welche von den beiden Varianten ihr besser findet. Die mit den Einteln oder hier mit der Gemisch-Schreibweise. Und dann zur Gemisch-Schreibweise gibt es nämlich auch noch ein Beispiel, wo man jetzt einen Bruch mit der Gemischtenzahl vergleichen soll. Und auch da können wir wieder zwei mögliche Wege gehen. Wir können sagen, wir wandeln das hier in die Gemisch-Schreibweise um. Also diese 1, 12, 17 lassen wir mal so stehen. Aber das hier wandeln wir in die Gemisch-Schreibweise um. So wie eben. Wie oft passt die 17 in die 28? Von der 17 bis zur 28 sind es 11, also Rest 11. Und jetzt haben wir ein Ganzes. Auch hier haben wir ein Ganzes. Okay, die sind gleich zumindest mal. Aber die Brüche, da sind es 11 Siebzehntel. Hier sind es 12 Siebzehntel. Hier sind es also mehr. Das heißt, das hier ist kleiner als das da. Und dann können wir das so hinschreiben. Das ist eine Variante, dass man das hier in die Gemisch-Schreibweise umwandelt. Eine andere Variante wäre es zu sagen, ich mag die unechte Bruch-Schreibweise lieber. Die lasse ich mal, die 28 Siebzehntel. Und diese Gemisch-Schreibweise mag ich gar nicht so sehr. Die wandle ich jetzt auch in einen unechten Bruch um. Wie geht es noch? Die Siebzehntel bleiben unten ja. Die 12, die oben stehen, die bleiben auch. Aber hinzu kommt eben noch dieses eine Ganze. Also einmal 17 sind 17, die kommen oben dazu. Und dann sind das 29 Siebzehntel. Und dann vergleichen wir die beiden. Hier sind es 28 Siebzehntel. Hier 29 Siebzehntel. Dann sind die hier kleiner. Also die Varianten gibt es. Könnt ihr euch dann immer aussuchen, was euch besser gefällt. Ich hoffe, ihr wisst jetzt, wie es funktioniert. Falls ihr Fragen habt, meldet euch gerne. Falls euch das Video geholfen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Wir sehen uns beim nächsten Video.